Hallihallo, herzlich willkommen zu einer Runde Cities. Ich freue mich, längere Zeit nicht gezockt. Ich weiß gar nicht wie lang, nicht mehr. Übrigens heute ohne Facecam. Entschuldigung, ich hoffe, das stört nicht. Aber ist halt Sonntag, ne? Da sitzt man ein bisschen verschludert vorm Rechner. Außerdem kann ich so mal das Mikro direkt vor mein Gesicht patschen und nicht immer so unten irgendwie auf meinem Bauch abgelegt. Ja, und wie man sieht, After Dark ist am Start. Habe es mir dann mal zugelegt, weil ich echt Bock drauf hatte. Habe auch eben schon mal reingeguckt, ob die alten Objekte noch an sind. Und das sind sie auch. Sieht also gut aus. Aber... Achso, was ich auch lustig fand, habe ich eben auch schon getwittert. Der Stil Europäisch wurde vor 45 Jahren das letzte Mal aktualisiert. 1970. Finde ich einen lustigen Witz von den Entwicklern. Beweis, dass sie Humor haben. So, was ich sagen wollte. Wir haben ein neues Add-on. Das heißt auch, wir machen eine neue Stadt. Also wir hatten ja hier noch Nero Town. Das war die Stadt, mit der ich am Anfang beim Release angefangen habe. Nero heißt mein Kater. Der eine oder andere weiß es schon. Stream City war die Stadt, die wir im Stream errichtet haben. Die lassen wir natürlich auch bestehen. Aber ich würde jetzt gerne ein neues Spiel zu Ehren von After Dark starten. Einfach mal resetet. Ist ja auch okay, ne? Okay, was nehmen wir denn? Ja, ich mag es ja eigentlich mit Stränden. Sandstrand, das hatten wir aber schon. Küstenlagune. Küstenlagune klingt gut. Ist sie neu? Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten oder so das letzte Mal gespielt. Ich nehme mal die Küstenlagune. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Ich bin da immer so unkreativ. After Stream, genau. Meine Güte. Habe ich schon erwähnt, dass Sonntag ist. After Dark Stream. So. Beginnen. Und ich habe noch die Ingame-Musik an. Ich wollte einfach mal gucken, ob mit After Dark eventuell auch neue Musikstücke hinzugekommen sind. Wenn nicht und die geht uns auf den Keks, dann, naja, ne? Dann schalte ich halt einfach wieder um auf die Playlist. Ich hoffe, die hängt euch nicht zu den Ohren raus. Ist aber auch jetzt gerade schwer, neue Stücke zu kriegen. Muss ich schon sagen. Ich habe vorher immer ein bisschen bei Jamendo geguckt. Nach neuen Stücken. Und die dann auf YouTube probiert, ob da irgendwelche Claims draufliegen. Wenn nicht, war es gut. Wenn doch. Hallo. Ja, hi. Ja, nach Claims geguckt. Aber Jamendo hat jetzt die Seite komplett umgebaut. Habe ich noch nicht so durchgeblickt. So. Das ist also unsere Fläche. Was ist das denn hier für ein Krater? Das ist ja interessant. Wir haben noch einen Strand, ne? Hier hinten. Hier hinten haben wir Strand. Perfekt. Perfekt. So. Was willst du denn jetzt von mir? Du willst Straßen. Ich weiß. Komm. So. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie wir... Wie wir beginnen sollen. Mit dem Mausra... Ja, das weiß ich doch alles. Okay. Strasse. Ich finde diese Doppelanbindungen hier immer ziemlich bescheuert. Muss ich sagen. Ach, können wir noch gar nicht, ne? Pass auf. Dann. Tja. Dann. Wie wäre es denn am besten? Ich fange einfach mal so an. Und hier auch. Bis dahin. Und dann schließen wir das einmal hier ab. So. Hier geht es... Direkt weiter. Einmal bis zum Ende. Also fließt das Wasser eigentlich hier raus. Und da hinten lang. Da hinten ist auch Strand. Kommt denn das Wasser hier her? Strange. Merkwürdig. Okay. Erstmal müssen wir die Industrie irgendwo platzieren. Und wenn wir hier rüber gehen... Das Problem ist jetzt natürlich... Na. Komm mal her. Wo wir das Abwasser nachher hin platzieren. Und ich würde eher sagen, das bietet sich hier mehr dafür an, weil da hinten ein schönerer Strand ist. Können wir den behalten. Fangen wir einfach mal an hier. Mal gucken, was sich entwickelt. Ne. Bis da. So. Die Industrie ein bisschen auslagern. Und... Ja. Ich will ja mit dem Stadt... Mit dem Bau meiner Stadt beginnen. Herrgott. Beruhig dich doch mal. So. Ziehen wir hier mal ein paar Dinger weiter. Auch das hin. Ist das gleich? Naja, in etwa. Die lasse ich nochmal getrennt. Man weiß ja nie, wie der Verkehr sich entwickelt. Und dann fangen wir einfach mal an, ein wenig zu bauen hier. Ich würde sagen, hier bauen wir mal... Riesis hin. Ups. So. Hier außen natürlich... Ne, hier nicht. Aber hier. Und zwar bis... Genau hier so. Und hier auch. Machen wir es erstmal glatt, ne? Und ich habe ja eben gesagt, ich habe die Musik an. Aber wieso höre ich denn nichts? Huch. Moment. Audio. Musik ist an. Weißt du was? Schwenken wir über. Und... Machen wir die Playlist an. So ganz keine Musik ist ja auch irgendwie doof. Ah, halt, 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 halt. Wir brauchen noch. Wir brauchen noch Strom. Ähm, was haben wir denn hier? Ein Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Ähm. Ja. Nehmen wir mal. So. Und eine Wasserpumpe. Ähm, wo können wir die denn? Sollen wir das Wasser hier oben abpumpen und dahinter? Das gefällt mir eigentlich ganz gut, die Idee. Ähm. Ich zeige das gleich. Warte, 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 warte. Wir brauchen aber natürlich noch Strom darüber. So. Und dann brauchen wir auch noch Strom. Hier irgendwie so lang. Ach, guck mal, das snappt jetzt auch. War das vorher auch schon? Ich mache es mal so. Das sollte eigentlich reichen. Und, ähm, was wollte ich machen? Das wollte ich machen. Und, ähm, was soll ich machen? Einmal. Wasser. Mäh. 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 Sodale. So. Und, so. Bisschen schief, aber das macht ja nichts. Schief ist ja modern. Okay, jetzt brauchen wir noch eine Abwasserpumpe. Und die, kriege ich die hier irgendwie hin? Die kriege ich da hin. Das ist gut. Dann können wir hier abpumpen. Und davor aber schon Frischwasser beziehen. Ach, das Ölkraftwerk braucht jetzt erstmal Strom, ne? Ähm, das braucht, genau. Das Ölkraftwerk, weil es ein Kohlekraftwerk ist und braucht Strom. Alles klar. Mann, 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 Mann. Sonntags. Schlimm. Äh, Kohle in Strom. Kohle gespeichert für neun Wochen. Ach, wir kriegen direkt beim Bauen ein bisschen Kohle dazu. Das ist ja praktisch. Schlimm. Hier wird fleißig gebaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, wir brauchen aber noch... Ne, erstmal brauchen wir nur Resis. Wirtschaftsfenster. Jo, pling. Wusch. Was sagen denn die Grafikoptionen? Hat sich da irgendwas geändert? Das kommt mir so neblig vor gerade. Tiefenschärfe-Typ hoch. Ja, tiefenschärfenhöhe. Hoch, hoch, sehr hoch. Äh, aktiviert, aktiviert. Naja gut, lassen wir es mal. Vielleicht gehört das ja dazu. Uh. Kaum eingezogen. Schon total unzufrieden. Geht denn hier eigentlich noch... Jo, die geht auch noch. Super. Aber irgendwie... Nicht mehr so richtig, oder? Was ist denn da los? Je näher ich komme, umso mehr... Was? Yes. Warte. Oh. Die Lampen gehen an. Ach, ist das schön. Bring, 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 bring. Wer hat da... Höh, die Pumpe hat keinen Strom. Ach herrje. Krieg die von hier. Eine extra Strombelieferung. So. Ah, guck mal. Herrlich. Oh. Kann ich nicht. Hm. Habe ich eben gesagt, dass die Add-ons... Funktionieren sollten. Irgendwas stimmt hier noch nicht mit dem... Ach, guck mal. Oh, sogar die Autobahn ist beleuchtet. Das ist ja Luxus. Was geht denn da mit den... Mit den Brücken ab? Das ist ja krass. Krass. Cool. Schön. Sehr schön. Aber da stimmt noch was nicht mit der... Ground-Level-Kamera. Sonstiges? Hm, nein. Hm. Hm, hm. Nein, 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 nein. Warte, war die nicht irgendwo hier? Ist das? Nee, das ist die Info-Ansicht. Die kann man mal aufmachen. Und das sind die normalen... Genau. Info-Ansichten, ja. So, wir brauchen... Ähm... Commercials. Und die wollte ich... Mal hierhin patschen. Gucken, ob's schon reicht. Und die kann man auch mal voll machen, hier den Ring. Aber ein bisschen weiter weg von den Resis da unten noch. Sonst beschweren die sich direkt über Lärm. Und Industrie. Die bauen wir natürlich hier hin. So. Ich glaub, da hat das Kraftwerk Kohle geliefert gekriegt. Jo. Da entsteht eine Stadt. Wir haben noch zu viele Resi-Flächen, wie's aussieht, hier. Aber ich finde es schade, dass die Ground-Level-Cam nicht funktioniert, hier. Die sieht irgendwie seltsam aus. Und flackert. Hm, da müsste ich wahrscheinlich dann nochmal gucken, nach einem neuen Add-on. Vielleicht gibt's da schon was für. Was passiert denn, wenn ich hier die... Huch. Äh. Wenn ich mal einfach die... Alte Einstellungen... Ah, was ist das denn? Okay, alte Einstellungen funktioniert. Aber es flackert leider. Es verlackert ganz schön. Naja. Alte Einstellungen funktioniert auf jeden Fall noch. Dann lass ich das auch mal. So, Leute. Was braucht er denn? Berater. Was berät er denn? Bauen sie Straßen. Ja. Super Berater. Kostet der was? Kann ich ihn entlassen? Die Industrie kommt. Hm. Ja, so langsam gleicht es sich wieder aus. Oh, komm, da für ein Klotz direkt. Na, Mann. Ich weiß was. Franks Fischstäbchenfabrik. Hm. Am Wasser. An der Klärpumpe. Das ist bestimmt super Fischstäbchen. Ja, mach mal Franks Fischstäbchenfabrik hier weg. Was ist das? Ach, auch. Und das? Na. Und das? Na. Sag mal. Will dieser Frank hier die Stadt direkt übernehmen oder was? Die Warenkorb AG. Auch sehr schön. Bekleidung GmbH. Wie war das mit den gesetzlichen Vorschriften? Aus dem Firmennamen muss hervorgehen, was hergestellt wird und die Rechtsform. Ich würde mal sagen, bei Bekleidung GmbH ist beides gegeben. So, Industrie haben wir noch ein bisschen Bedarf, aber da wird ja noch gebaut, oder? Oder soll ich direkt nochmal ein bisschen was nachziehen? Dann machen wir hier auch nochmal. So. Reicht das? Müsste doch reichen, oder? Und hier haben wir noch genug Fläche für alle. Dann können wir es eigentlich mal jetzt ein bisschen einziehen lassen hier. Und ich kann einen Schluck trinken. Super. Klatsch. So. Da hinten ist auch eine Brücke. Die strahlt ja... Meine Güte. Raumstation Freemestar erreicht Erdorbit. Pläne für Luxushotel in Bearbeitung. Aha. Meine Güte, diese Brücken. Wenn die mal in echt so aussehen würden. Also die Brücken, die ich kenne, die sind alle kaputt. Da ist nichts mit Leuchten. Und auch die Autobahnen leuchten nicht. Guck mal da. Sieht aus... Sieht ja aus wie ein Weihnachtsmarkt. Da hinten. Oder wie so ein Fackelzug. St. Martin. Ein St. Martins Fackelzug. Ne? Hm. Na gut. So, Leute. Was braucht er denn noch? Wie lang ist denn hier eigentlich? Huch. Wie lang ist denn hier eigentlich so eine Nacht? Kann ich hier, wenn ich hier mal einfach so patsch runtergehe? Ah. Der Mond. Äh. Dieses Flackern ist aber... Das ist noch echt ungünstig. Na ja. Huch. Huch, huch. Hallo. Sie da. Sie da. Die Grillen zirpen. Meine Güte, bei dem Geflackern muss ich eine Epilepsie-Warnung davor schalten. Industrie scheint bedient zu sein. Hier bauen sie auch nicht nach. Jetzt werden neue Resis gebraucht. Aber hier wird doch... Hier ist doch noch genug Platz, oder? Oder wird es langsam voll? Na, so langsam wird es, glaube ich, voll. Oh, ist der Tag. Was hat denn für Wolken? Es wird Tag. Cool. Ähm. Was heißt denn das jetzt? Oh. Ah. Cool. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Weiler. Was haben wir denn? Was können wir denn? Arzt, Müll, Grundschule. Arzt, Müll, Grundschule. Das ist sehr gut. Haben wir hier schon? Nein, haben wir nicht. Arzt. Dann spendieren wir den Leuten doch mal einen Arzt. Ähm. Achso, da muss ich ja eine Straße für bauen. Stimmt. Ähm. Es wäre ja schon praktisch, wenn der hier so in der Mitte wäre, oder? Ich will jetzt auch nicht so eng an eng bauen hier. Moment, Moment, Moment. Hm. Der Arzt. Wo könnte denn der Arzt hin? Das ist sehr gut. Ja. Was ist das? Musik 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 Musik